Das beliebte al dente Kinderrestaurant ist umgezogen von Tinnum ins Aquarium nach Westerland. Im unteren Bereich wird gegessen, ein Kletter-Piratenschiff im Foyer und ein toller Spielbereich in der oberen Etage lassen Kinderherzen höher schlagen. Langeweile ist im Spielhaus ein Fremdwort. Auch draußen gibt es einen schönen Piratenspielplatz zum Toben. Im Restaurant können die Großen gemütlich essen, die Kiddies haben viel Spaß beim Spielen. Für die Gäste mit und ohne Kinder gibt es eine abwechslungsreiche Speisekarte und auch Hunde sind im al dente 49 herzlich willkommen. Der Aquariumsbetrieb und das Restaurant können natürlich getrennt voneinander besucht werden.